Ein herzliches Willkommen bei Phytagoras. Ich möchte euch heute eine Augenheilpflanze nordkalifornischer Indianer vorstellen. Wir befinden uns allerdings hier nicht in Nordamerika, sondern in den südlichen Kalkalpen, in den Karawanken, im Bundesland Kärnten. Und ich stehe hier in der Bergwaldstufe am Fuße eines Hanges mit Hangquellen, eine Riesel- und Zickerflur und hier werden wir die Augenheilpflanze dieser nordamerikanische Ethnie finden. Begeben wir uns in diesen wasserzügigen Hang auf die Suche nach der Augenheilpflanze der Indianer. Wir sehen hier zunächst einmal den jungen Trieb eines Ackerschachtelhalms. Wir sehen hier das grundständige Blatt einer Krein-Sterndulde. Wir sehen hier das geteilte Blatt einer Akelei. Und an dieser Stelle sehen wir den jungen Blütenstand einer Tophieldia, einer Kelch-Simsen-Lilie. Und diese Tophieldia verrät uns jetzt schon den optimalen Standort unserer gesuchten Heilpflanze in der Bergwaldstufe über kalkreichen Boden. Und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Tophieldia erkennen wir die gesuchte Pflanze. Wir sehen hier einen unverzweigten Spross, gerade einmal zwei Millimeter breit. Die Pflanze wird auch nicht höher als 10 bis 30 Zentimeter. Und wir sehen hier den Stängel eines Schachtelhalmes. Und zwar handelt es sich hier um den Buntschachtelhalm Equisetum Variegatum. Ja, unsere Kelch-Simsen-Lilie ist also ein guter Wegweiser zu Beständen des Buntschachtelhalms im Bergwald. Ja, und man erkennt hier, dass die gesuchte Augenheilpflanze in meine Hand passt. Zumindest der oberirdische Teil, der einem Wurzelstock entspringt. Und diese Pflanze schauen wir uns nun von der Nähe an. Für die Bestimmung von Schachtelhalmarten ist die Ausbildung der Stängelscheide von besonderer Bedeutung. Und auch wenn das ein sehr kleines Gewächs ist, erkennen wir eine dunkle Querbänderung an dieser Scheidenröhre. Und wenn wir uns ein bisschen bemühen, sehen wir, dass diese Querbinde nach oben hin relativ scharf abgegrenzt ist. Und dann sehen wir einen heutigen Bereich. Und dieser Bereich wird von Scheidenzähnen ausgebildet. Und bei dieser Art ist es so, dass es zu einer sehr heutigen Ausbildung dieser Scheidenzähne kommt. Und im zentralen Bereich befinden sich oft dunkle, braune bis schwärzliche Abschnitte. Und der umliegende Hautrand ist aber doppelt so breit wie der zentrale dunkle Bereich. Diese dunklen Stellen in den Zähnen können allerdings auch fehlen. Und wenn wir weiter hinauf gehen, dann sehen wir das Stängelglied mit diesen Längsleisten. Wir sehen hier die nächste Scheidenröhre. Dann wieder ein Stängelglied. Und wieder so eine Scheidenröhre. Und an der oberen Spitze erkennen wir hier eine ungefähr 5 mm lange Sporangienerehre, wo Sporen ausgebildet werden. Und ein ganz wichtiges Merkmal unseres Buntschachtelhalms ist dieses spitze Ende dieser Ähre. Auch wenn die oberste Scheidenröhre für die Bestimmung nicht stellvertretend ist, sehen wir hier noch einmal sehr gut diesen weißen Hautrand dieser Stängelscheidenzähne, die also doppelt so breit sind wie die dunkle zentrale Stelle. Wir sehen hier noch einmal die unverzweigten Stängel des Buntschachtelhalms am Fuße eines wasserzügigen Hanges. Und im Hintergrund erkennt man die deutlich dickeren Triebe des Winterschachtelhalms. Und hier sehen wir noch einmal das Nebeneinander von dem Winterschachtelhalm rechts im Bild und dem deutlich dünneren Buntschachtelhalm in der linken Bildhälfte. In diesem wasserzügigen Hang habe ich jetzt drei Schachtelhalmarten entdeckt, die wir miteinander vergleichen wollen. Wir sehen in der Mitte noch einmal dieser schmale, unverzweigte Stängel des Buntschachtelhalms. Ein Stängel, der nur ein bis drei Millimeter breit wird und manchmal auch verzweigt sein kann. Daneben sehen wir den ebenfalls unverzweigten Stängel eines Winterschachtelhalmes mit den typisch dreibändigen Scheidengliedern, mit einer dunklen Querbinde, mit einem hellen Zwischenteil und mit einem oberen dunklen Abschnitt, der den abgefallenen Zähnen entstammt. Und hier sehen wir den hellgrünen jungen Trieb eines Ackerschachtelhalms und besonders auffallend ist das Ende dieser drei Sprosse. Beim Winterschachtelhalm und beim Buntschachtelhalm schließt der Stängel mit einer sporangien Ähre ab. Und beim Ackerschachtelhalm haben wir bekanntlich eine Zweiteilung in einen ergrünten Spross, der der Photosynthese ausschließlich der Photosynthese dient und einem Frühjahrstrieb, der nicht der Ernährung der Pflanze dient, der so nur die Aufgabe besitzt Sporen auszubilden. Bei diesen beiden Vertretern der Gattung Equisetum gibt es also beim Stängel keine Unterscheidung zwischen einem vertilen und einem infertilen Trieb. Ich möchte euch nun ein abschließendes Merkmal zur Erkennung des Buntschachtelhalms zeigen. Wir zerreißen jetzt in der Mitte so ein Stängelglied und betrachten jetzt den Stängelquerschnitt. Natürlich eignet sich hierzu eine Lupe in besonderem Maße und mit einer Lupe erkennt man, dass die zentrale Höhle in diesen Stängel ausgesprochen klein ist. Also vollkommen anders als beispielsweise beim Winterschachtelhalm, wo 65 bis 90 Prozent nur aus Höhle besteht. Hier haben wir also eine zentrale kleine Höhle, die in Nachbarschaft zu verhältnismäßig großen Nebenhöhlen besteht. Für mich ist es einfach faszinierend, dass eine so unscheinbare Schachtelhalmart in der traditionellen Medizin der Indianer Einzug finden konnte. Eine Pflanze, die bei uns in Europa ebenfalls heimisch ist und viele wahrscheinlich noch nie bewusst wahrgenommen haben. Also nicht einmal auf der Ebene der Botanik ansprechen können. Und diese Pflanze wird bei den Yuki Indianern, Indianern in Nordkalifornien im Bereich des Round Valley verwendet. Und zwar als ein Spezifikum bei Augenerkrankungen. Und das ist insofern spannend, weil uns diese Anwendung eigentlich zu verwandten Schachtelhalmarten dieses Buntschachtelhalms in die traditionelle chinesische Medizin führt. Wo auch dort beispielsweise der Winterschachtelhalm ein Spezifikum für Augenerkrankungen darstellt. Und zwar nicht nur für Erkrankungen am äußeren Auge, sondern wirklich auch für Erkrankungen am inneren Auge. Und wir haben also noch viel in der heimischen Flora Alpina zu entdecken und nachzuarbeiten. In Mitteleuropa und in den Alpen ist der Buntschachtelhalm ein Eiszeitrelikt aus dem Würmglacial. In vielen Gebieten Deutschlands ist er bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Und man findet ihn in Zukunft mit der globalen Erwärmung wahrscheinlich immer seltener. Er flüchtet praktisch im Gebirge bis jetzt hinauf in die Subalpinstufe. Und man kann ihn also auch bis zu zweieinhalbtausend Meter antreffen. Ich wünsche euch viel Freude bei der Entdeckung dieser speziellen Schachtelhalmart in den Alpen. In diesem Jahr schon partido in der Entdeckung der Erkrankungen von Flora Alpina zu machen. Und wir haben auch in diesem Jahr schon ein paar Jahre später eine guter Dünniger Erkrankungen in der Welt,